Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 220. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir meine wunderbare Frau, die Hoaxmistress Alexa. Hallihallo ihr da draußen und bei mir ist natürlich zum Glück wie immer der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Und ein denkwürdiges Datum der 1. Dezember in jedem Jahr ist nämlich mein Geburtstag. Und die Tatsache dafür. Das ist auch nicht jedes Jahr. Und jedes Jahr, man mag es kaum glauben. Und die Tatsache, dass wir eine Folge veröffentlichen, zeigt, dass wir einfach wieder richtig Bock haben. Und ich auch Bock habe, an meinem Geburtstag noch ein paar Sachen ins Mikro einzusprechen. Wobei das Interview, was wir in der Sendung haben, ist voraufgezeichnet. So ehrlich wollen wir natürlich sein. Ganz, ganz wichtig für euch. In dem Interview gibt es ein Gewinnspiel und nach dem Interview dranbleiben, weil wir können in dieser Episode sogar zwei Preise verlosen oder zwei Gewinnspiele machen. Insofern nicht glauben, wenn man ein Gewinnspiel gehört hat, man sei schon am Ende. Nein, es gibt noch ein anderes spannendes Gewinnspiel. Das machen wir alles nachher und machen jetzt erstmal weiter. Die Story der Woche Wenn eine Hasenjagd damit endet, dass der Jagdhund auf den Jäger schießt, dann befinden wir uns im Reich der Hoxilla-Stories. Und auch heute geht es wieder um etwas völlig Verrücktes, nämlich tatsächlich um einen Jäger, der sich auf die Hasenjagd gemacht hat und dann hinterher, als er fertig war, mit seinem Jagdhund im Auto wieder nach Hause fahren wollte. Dummerweise hatte er aber die Flinte auf dem Rücksitz vergessen und ehe er sich's versah, hat der Hund tatsächlich auf den Jäger geschossen. Wenn die Geschichte stimmt. Wenn die Geschichte stimmt, also es hört sich verdammt nach Breed nicht an, aber das muss ja nichts bedeuten. Wir werden das am Ende der Sendung auf jeden Fall auflösen. Und bei Hasenjagd musste ich ja so ein bisschen grinsen. Wieso? Guck, wir gehen auf Hasenjagd. Ach so, mein Gott. Okay, okay, wir machen einfach weiter. Thema der Woche Ja, die heutige Episode ist eigentlich ein Unglück oder ein Unfall, kann man im Prinzip sagen, aber ein sehr, sehr glücklicher. Was ist passiert? Wir haben angefragt bei unserem Interviewpartner Christian Schiffer, Ressortleiter im Bayerischen Rundfunk für den Bereich Neue Medien, ob er nicht mit uns ein Interview machen will über sein Buch Angela Merkel ist Adolf Hitlers Tochter. Da sagte er, klar, mache ich sofort, wir können das auch verlosen, das Buch. Und die Planung von Alexa und mir war, Kurzinterview, vier Stunden mit Christian Schiffer zu machen. Und dann dieses Interview in eine Folge, wo wir uns mit einer Verschwörungstheorie oder vielleicht nochmal verschiedenen Ebenen von Verschwörungstheorien beschäftigen wollten. Das war der ursprüngliche Plan. Und dann haben wir uns verquatscht, weil es einfach so super interessant war. Genau, Christian hat einfach so viele interessante Geschichten erzählt und so viele Dinge, über die er recherchiert hat im Rahmen seiner Recherchen zum Buch, dass wir irgendwann gesagt haben, ja, man könnte jetzt auch noch versuchen, da irgendwie was anderes dran zu flanschen. Dann ist das aber doof. Und da wir bei Huxilla eigentlich wieder das machen wollen, was wir meinen, was richtig ist, haben wir gesagt, das Interview alleine trägt und ist so spannend und sagt nochmal so viel über die Arbeit auch von Christian Schiffer aus und über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die Menschen, die im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sich mit Verschwörungstheorien beschäftigen, dass das einfach ausreichend ist. Und so ist es auch. Insofern wünschen wir euch jetzt viel, viel Vergnügen mit dem Interview mit Christian Schiffer und wir hören uns dann nach dem Interview nochmal wieder. Zu Gast im Huxilla-Interview einer der beiden Autoren des Buches Angela Merkel ist Hitlers Tochter im Land der Verschwörungstheorien, Christian Schiffer. Hallo Christian. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Und jetzt wird der ein oder andere sagen, wer ist Christian Schiffer, der eventuell noch nicht dieses wunderbare Buch gekauft und gelesen hat, was du mitgeschrieben hast. Vielleicht magst du ein, zwei Worte zu deiner Person sagen, damit unsere Hörer dich ein bisschen einordnen können. Ja, also ich heiße Christian Schiffer, ich bin 39 Jahre alt mittlerweile schon. So jung. Also bei meinem vorbildlichen Lebenswandel natürlich ist das natürlich ein sehr junges Alter. Biologisch bin ich bestimmt erst 17 oder so. Und ich arbeite beim Bayerischen Rundfunk, bin dort zuständig, also ich bin dort Ressortleiter für so Internetthemen, für so ein ganz komplexes Internet. Und ich habe noch ein kleines Computerspielmagazin, das heißt WASD. Ich habe auch schon Filme gemacht für das ZDF über die damalige Killerspieldebatte. Da war ich sogar für den Krimme-Preis nominiert, den mir dann aber so ein junger, aufstehender Journalist namens Stefan Aust vor der Nase weggeklaut hat. Ach, ungerecht. Genau. Und genau, jetzt habe ich halt mit dem geschätzten Kollegen Christian Alt, also auch das ist ein Kollege vom BR, auch der schreibt für mein Magazin, habe ich eben das Buch geschrieben, Angela Merkels Sittlers Tochter, das im Hansa Verlag erschienen ist. Das ist unser erstes Buch und genau, das ist im August erschienen. Ende der Geschichte. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Naja, also das Buch und die Beschäftigung mit Verschwörungstheorien kommt ja nicht ganz von ungefähr. Du hast auch schon mal zu dem Thema ein Radio-Feature gemacht, was auch preisgekrönt ist. Das darf man auch nicht vernachlässigen. Wie bist du darauf gekommen, dich mit diesen etwas abseitigen Themen zu beschäftigen? Naja, also der Christian und ich, wir sind beides so ein bisschen Kinder der 90er. Also ich glaube, so ein bisschen wie bei euch zumindest meine ich das auch so durchhören zu können. Ich habe sehr viele Folgen ja auch gehört von eurem Podcast. Waren wir große Fans zum Beispiel von sowas wie Akte X. Waren große Fans von dem, was damals auch teilweise so im Privatfernsehen gelaufen ist. Ja, haben natürlich auch solche Filme wie Oliver Stones, JFK verschlungen. Und für mich hatte der ganze Umgang oder für uns hatte der ganze Umgang damals mit Verschwörungstheorien damals etwas sehr Spielerisches an sich. Ja, das war so Schulhof-Talk. Also klar, ich will damit nicht sagen, dass Verschwörungstheorien irgendwie was Harmloses damals waren. Vielleicht nicht. Aber es war zumindest für uns was Spielerisches. Ja, es war Schulhof-Talk. Das war irgendwie oder später bei den ersten Bieren. Bier war es halt dann Tekentalk. So. Und uns ist halt dann aufgefallen, eigentlich, dass zwei Dinge sich für uns so ein bisschen verändert hatten. Also individuell. Zum Ersten war es so, dass natürlich die globale Situation so war, dass man nicht mehr sagen konnte, hey, das ist jetzt noch irgendwas Spielerisches. Ja, man darf nicht vergessen, dass plötzlich im Weißen Haus jemand saß, der ja maßgeblich auch durch eine Verschwörungstheorie populär geworden ist. Also durch diese Börserbewegung, also Donald Trump. Wir hatten damals natürlich schon auch die ersten, also Reichsbürger sind natürlich älter, aber es gab natürlich schon auch Vorfälle mit Reichsbürgern, auch weit vor, bevor dann 2016 ein Reichsbürger einen jungen Polizisten umgebracht hat. Das war so das eine, also dass man sagen konnte, okay, das ist jetzt mal wirklich ernst, das hat mit spielerischen Dingen überhaupt nichts mehr zu tun. Ja, schade, dass es nicht wieder nur einfach nur die Popkultur ist. Ja, das ist jetzt aber leider reale Politik, reale Ereignisse. Und das Zweite war, dass diese ganzen Verschwörungstheorien auch näher zu uns selbst gerückt sind. Also während das früher halt so was Abstraktes war, also die Frage, keine Ahnung, ob JFK jetzt ermordet worden ist oder nicht. Im Audit wurde er, aber ob das dahinter in der Verschwörung stand, hatten wir es halt plötzlich dann im Freundes-, Bekannten-, Verwandtenkreis plötzlich mit Leuten zu tun, wie was weiß ich, einem beim Buhlspielen plötzlich oder irgendwie beim Fußballspielen mit der Tekenmannschaft halt mit zu Chemtrails irgendwie das Ohr abknabbern und so. Und das waren eigentlich so die zwei Sachen, wieso wir gesagt haben, okay, wir machen halt dieses Hörfunkfeature damals, wofür wir dich ja auch interviewt haben, liebe Alexa. Genau. Ja, weil vielleicht haben wir deswegen dann auch den Preis der Evangelischen Kirche. Bis nach. Oh, ich muss Alexa ausmachen, fällt mir gerade auf, wenn ich mit Alexa Waschkau und Alexander Waschkau. Das müssen wir eigentlich drin werden. Moment, wartet mal kurz. Wie geil das ist. So, sorry, daran hatte ich nicht gedacht. Das sagen uns Hörer übrigens auch ab und zu mal, wenn sie unsere Folgen hören, dass sie dann unbedingt Alexa deaktivieren. Ja, also ich mache das ja, wenn ich euren Podcast höre, aber jetzt komischerweise habe ich es nicht gemacht. Das war jetzt ein bisschen seltsam. Naja, gut. Auf jeden Fall, das waren eben so diese zwei Sachen. Und es stimmt, wir haben damals ein Feature gemacht. Das Feature war relativ ernst. Das war natürlich auch vor dem Hintergrund dann. Das hat sich mitten in diesen Recherchen dazu abgespielt. Dieser Mordfall eben in Georgensgmünd, wo ich war auch dort dann, also an dem Haus, wenige Tage später. Ich habe auch brieflichen Kontakt mit dem Täter gehabt. Habe auch mit dem Bürgermeister dort gesprochen, mit ehemaligen Schulkameraden und sowas. Also dieser Mordfall, der hat uns quasi, der war so einen Monat, glaube ich, vor der Ausstrahlung ungefähr des Features. Und der hat das natürlich sehr geprägt. Wie begegnest du denn dem Vorwurf oder dem Einwand, der uns auch gelegentlich begegnet, dass Verschwörungstheorien ja jetzt nur näher an uns heranrücken, weil es Menschen wie uns oder Autoren wie dich gibt, die an dem Thema einen schnellen Euro verdienen wollen und dann solche Bücher veröffentlichen. Und damit natürlich Verschwörungstheorien viel mehr in die breite Öffentlichkeit hineinholen, als sie das vorher waren. Also das glaube ich nicht, weil Verschwörungstheorien gab es ja schon immer oder zumindest seit der Aufklärung. Es ist sogar so, dass wenn man jetzt zum Beispiel dieses Buch liest, Nichts ist, wie es scheint, das da im Surkamp Verlag erschienen ist, da wird zum Beispiel die These aufgestellt, dass früher die Leute noch sehr viel mehr an Verschwörungstheorien geglaubt haben. Also wenn man sich irgendwie so, keine Ahnung, die Tagebücher anschaut von Abraham Lincoln und so, da geht es nur um Verschwörungstheorien. Also so als zumindest, also ich habe die jetzt nicht im Original gelesen, aber das ist eben das, was der... Wobei der ja einer Verschwörung zum Opfer gefallen ist, tragischerweise. Ja genau, also genau, aber Michael Butter, finde ich, macht das da eigentlich ganz schön auf und es ist aber natürlich dann auch sowieso immer so ein alter Streit, ja auch wenn es ums Internet geht, ja. Also zum Beispiel, wenn wir über Hass im Netz sprechen, hat der Hass zugenommen oder wirken die sozialen Medien dann wie ein Mikroskop und machen den Hass überhaupt erst sichtbar, obwohl er schon vorher da war. Genau wie man halt, die Bakterien waren ja auch schon vorher da, bevor es die Mikroskope da war, dann hat man sie halt gesehen. Und ich meine, so ähnlich ist es halt auch natürlich vielleicht mit den Verschwörungstheorien, nur finde ich, ist ein Beispiel schon relativ eindrücklich und das ist zum Beispiel das der Reichsbürger tatsächlich, ja. Wenn man die Verfassungsschutzberichte jetzt so liest, dann gibt es angeblich immer mehr Reichsbürger, aber es liegt natürlich vor allem daran, dass man sich diesem Thema jetzt halt widmet, was man hätte viel früher tun sollen. Und dann kann man ja nicht irgendwie den Verfassungsschutzbehörden, also jetzt in dem Fall die Schuld geben, dass man sich das jetzt endlich anschaut und dass die daran schuld wären, dass die Reichsbürgerzahlen steigen. Sondern die steigen halt nicht, sondern man schaut halt näher drauf und das ist gut so. Und ich glaube, wenn halt Leute wie wir dann darüber eben versuchen aufzuklären mit unseren Mitteln, ihr macht das mit euren Mitteln, Michael Butter oder der jetzt Blume, den Vornamen weiß ich jetzt nicht. Michael Blume. Ja, vielleicht heißt der andere auch gar nicht Michael, weiß ich jetzt gar nicht genau. Die machen das eben auch mit ihren Mitteln und wir machen das eben mit unseren Mitteln. Und unser Ziel war eben tatsächlich ein unterhaltsames Buch zu schreiben. Ja, also natürlich ein ernstes Buch schon auch. Das ist halt bei Verschwörungstheorien so, dass man oft nicht weiß, ob man lachen oder weinen soll. Das ist aber bei vielen anderen Aspekten auch so. Also wenn man sich die Politik anschaut, wenn man sich Figuren wie Berlusconi oder Trump oder sogar Hitler anschaut, dann hat das ja immer auch was zutiefst Lächerliches an sich. Aber genau diesen Dualismus versuchen wir dort halt herauszustellen. Und es sollte ein unterhaltsames Buch werden, tatsächlich für die breite Masse, weil wir der Auffassung waren, dass das noch ein bisschen fehlt. Es gibt halt gute, 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 wirklich gute Bücher über Verschwörungstheorien übrigens eins, dass man für sehr wenig Geld kaufen kann bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Irgendwie für vier Euro, weiß ich mehr wie es heißt. Super Buch. Aber das sind halt wissenschaftliche Bücher. Und uns hat so dieses andere, ja, hat sozusagen das unterhaltsame Buch gefehlt. Und ich gebe schon offen zu, dass es mich auch ein bisschen motiviert hat, wenn ich halt so eine Spiegel-Bestsellerliste gesehen habe. Und da waren irgendwie aus dem Kopfverlag irgendwie drei Bücher dabei. Und ich mir so dachte, man, echt, eigentlich müsste es für die Gegenseite halt auch mal was geben, was populär ist und was dem etwas entgegensetzt. Das ist ganz interessant, dass du das so ansprichst. Denn also unserer Erfahrung nach, was eine gute, in Anführungsstrichen, gute Verschwörungstheorie haben muss, ist eben, dass sie die Menschen so auch emotional anspricht. Dass sie auch in irgendeiner Weise ein unterhaltsames Narrativ hat. Und insofern macht es ja eigentlich nur Sinn, in der Aufklärung über Verschwörungstheorien eben genau diese Mechanismen auch anzuwenden. Also dieses Unterhaltsame sich durchaus zunutze zu machen. Da werdet ihr also genau die richtige Kerbe getroffen haben, wenn ihr das so macht. Ich kann auch ganz kurz beruhigen, es sind Michael Butter und Michael Kiefer alles richtig gemacht. Sehr gut. Ihr seid für das Feature damals sogar noch einen Schritt weiter gegangen und habt euch mal damit beschäftigt, tatsächlich wie so eine Verschwörungstheorie aufgebaut sein soll. Und da war doch irgendwas, meine ich mich zu erinnern, mit Rauchmeldern. Eine Verschwörungstheorie mit Rauchmeldern, oder? Ja, das wird ja auch im Buch beschrieben. Also insofern reiß es kurz an, aber wer da mehr wissen will, der muss es dann natürlich lesen. Oder hören, ich glaube das Feature gibt es bestimmt irgendwo noch. Ja, also unsere wirklich sehr dumme Idee, kann ich gleich mal vorherschicken, war selber eine Verschwörungstheorie zu konstruieren, um halt herauszufinden, wie die funktioniert. Also natürlich gibt es so bestimmte Elemente, die Verschwörungstheorien enthalten müssen. Also ich finde sowas wie ein wahrer Kern ist zum Beispiel was Gutes. Also wenn man schaut, sogar bei den Reichsbürgern, wenn man da lang, lang drauf schaut, findet man einen wahren Kern. Nämlich, dass tatsächlich sich bestimmte staatliche Institutionen zurückgezogen haben oder der Staat halt auftritt wie eine Firma oft. Also der Arbeitsamt hat nicht mehr Arbeitsamt, sondern Arbeitsagentur und solche Sachen. Es gibt keinen Friedensvertrag, formal, völkerrechtlich, ist das deutsche Reich nie aufgelöst, das stimmt ja alles. Ja, aber ich meine halt so wahrer Kern oder sagen wir mal ein zugrunde liegendes Problem auch dahinter. Und das war zum Beispiel so ein Element und das, was du beschrieben hast, natürlich auch die bessere Geschichte. Ja, es muss dann schon auch irgendwie spektakulärer zugehen und es muss zum Zeitgeist passen und solche Sachen. Und deswegen hatten wir halt gesagt, hey, wir machen die sogenannte Rauchmelderverschwörung. Ja, also es war ja damals auch die Rauchmelderpflicht, auch super Pflicht, wenn da dabei gleich Pflicht dabei ist und dann eben auch noch vom Staat und so. Und dann war aber das natürlich vor dem Hintergrund von Snowden und das kursierten ja auch im Internet so zum Beispiel Handy, also so verwackelte Videos, wo Leute ihr Galaxy S3 aufschrauben, um dort einen vermeintlichen Überwachungschip rauszureißen. Und was aber in Wirklichkeit der NFC-Chip war und solche Sachen. Und da dachten wir, es ist eine super Idee, wenn wir jetzt nochmal eine eigene Verschwörungstheorie in die Welt setzen. Wie ihr euch vorstellen könnt, haben wir davon sehr schnell weggegangen, weil die Welt ja wirklich vieles braucht, aber garantiert nicht noch eine Verschwörungstheorie, auch noch eine von zwei so Deppen wie uns. Und dann haben wir aber trotzdem Folgendes gemacht, und zwar wir haben eine Facebook-Gruppe gekauft für 10 Euro. Nächstes Buch geht dann zu der Frage, warum man sich bei Ebay Facebook-Gruppen für 10 Euro kaufen kann. Auf jeden Fall waren wir dann irgendwie die Könige dieser Gruppe mit ihren 7000 Mitgliedern. Der Hintergrund war der, dass wir das trotzdem mal so ein bisschen ausprobieren wollten. Also wir wollten quasi die Angel kurz reinhalten und haben uns gedacht, okay, dazu brauchen wir quasi so eine Art Quarantäne. Also brauchen so eine Zone, die wir quasi die ganze Zeit kontrollieren und wo wir dann auch schön mit Desinfektionsmitteln reingehen können, wenn alle Stricke reißen. Und deswegen haben wir halt diese Gruppe gekauft, wo wir halt quasi immer wussten, was so passiert. Und dort haben wir, sie haben dann so ein verwackeltes Video aufgenommen, wo halt der Christian, ich habe dann drei Rauchmelder gekauft, und hat der Christian irgendwie da den Rauchmelder da so, den vermeintlichen Überwachungschip rausgelötet. Und die haben wir dann ganz kurz in diese Gruppe gehangen quasi, wie so ein, und dann haben wir den so raus, haben wir das Video so rausgefischt, wie so ein nuklearen Brennstab. Und da war es schon so, dass so nach zehn Minuten hatten wir halt dann auch schon so sieben Kommentare, also wo, ja, wo schon auch völlig klar war, wohin irgendwie die Reise so geht. Also es wurde für sehr glaubwürdig empfunden. Ich weiß nicht mehr, also Stasi 2.0 war noch so das harmloseste und so. Und ich meine, man muss auch dazu sagen, diese Gruppe, die wir da gekauft haben, war auch ein bisschen merkwürdig. Also es war so eine Gruppe irgendwie, die ist die größte Gruppe, einfach so die größte Gruppe. Und da war natürlich viele Bots und irgendwelche Leute drauf, aber halt viele echte Menschen. Und ja, also genau, dann war das Experiment sozusagen, okay, danke, hat funktioniert, aber es ist wirklich eine dumme Idee. Mach das nicht zu Hause nach. Und ja, genau. Weil man es schlecht einfangen kann unter Umständen. Ja, natürlich. Und man soll nicht, also es ist ja dann auch ein journalistisch-ethisches Problem. Also ich meine, du kannst nicht irgendwelche Falschmeldungen in die Welt setzen und ja. Da sind wir beim Thema Lügenpresse. Du arbeitest beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, hast du ja gerade schon gesagt. Das finde ich insofern ganz interessant, weil als es zu den Ereignissen gekommen ist, die du geschildert hast, also der tragische Tod eines Polizisten durch einen Reichsbürger, haben wir relativ viel Besuch von Medien erhalten. Print, Radio, die dann bei uns hier in Hamburg am Küchentisch saßen und gesagt haben, wieso habt ihr vor zwei Jahren was über Reichsbürger gemacht, wieso kanntet ihr dieses Phänomen? Du hast gerade schon gesagt, dass du auch intensiv um diesen Fall herum recherchiert hast. Jetzt seid ihr beide im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ist das ein zunehmendes Thema auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Und ist das auch ein Stück weit sozusagen deiner Arbeit im öffentlichen Rundfunk geschuldet gewesen, dass du dich überhaupt dann auch, sagen wir mal, beruflich mit dem Thema Verschwörungstheorien beschäftigt hast? Ja, also ich habe mich ja immer viel mit, also ich bin ja eigentlich Politikwissenschaftler, ich habe mich viel immer mit auch so Themen Rechtsextremismus, Antisemitismus und solchen Sachen beschäftigt. Und da kommt man irgendwie auch dann zum Thema Verschwörungstheorien. Und tatsächlich hatte ich mich mit den Reichsbürgern schon früh beschäftigt. Also so um denselben Dreh, wie als ihr eure Sendung gemacht habt. Und ich habe natürlich immer das Sonnenstaatlandforum verfolgt und so, die ja immer auch wesentlich bessere Informationen hatten als die etablierten Medien. Ich habe auch sehr intensiv mich beteiligt an der Diskussion damals, als es um Xavier Naidoo ging. Das war eine ARD-interne Diskussion, ob er zum Jürgischen Song Contest geschickt werden soll und so weiter. Und es war dann so, dass als dann, also es gab ein Video von Adrian Ursache. Das ist dieser andere, sage ich jetzt mal etwas prominentere Reichsbürger, bei der sich irgendwann mal eine Schießerei mit der Polizei geliefert hat, wo er schwer verletzt worden ist und ein Polizist gebissen worden ist oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Also Adrian Ursache, dieser ehemalige Mr. Germany, der dann in Mrs. Germany geheiratet hat und dann halt irgendwann Reichsbürger. Eigenes Reichsgebiet, den er auf seinem Grundschutz dann hatte und so. Genau. Und auch viele Anhänger. Und ich habe mir ein Video angeschaut, wo er, wo die Polizei so kommt und er die dann so verjagt. Und dieses Video war irre fanatisch. Also es war so acht Minuten lang und du hast so richtig gesehen, was in dem passiert. Also irgendwann ist die Polizei dann auch weggegangen, beziehungsweise wie er sie genannt hat, die Wortmarke, irgendwas mit eingetragener Wortmarke Polizei, weil es ist ja keine richtige Polizei, sondern die haben ja nur die Wortmarke eingetragen, bla bla. Und dieses Video war halt, also da hat man so gesehen, was da so in dem vorgeht, also wie er sich plötzlich als Held fühlt und wie er, was ihm das auch für eine Bestätigung mit sich bringt und auch so diese Wut und dieser Fanatismus. Und da habe ich damals einen Artikel geschrieben, der war überschrieben, man darf die Reichsbürgerbewegung nicht unterschätzen. Und dann ist halt dann zwei Monate später oder drei Monate später gab es dann den Mord von Georgens Gmünd. Und das hat mir dann, ohne dass ich da Experte bin, dann so ein bisschen dann den Reichsbürgerexpertenhut vom BR aufgesetzt, weil, oh ja, der Schiffer hat es vorhergesehen. Habe ich natürlich nicht, ja. Das war einfach... Aber wenigstens einer, der sich damit auskennt. Ja, das war ein tragischer Zufall natürlich. Aber sagen wir mal, jeder, der diese Videos gesehen hat, jeder, der sich mal angeschaut hat, wie die Reichsbürger dort agieren im Internet, jeder, der sich mal mit Richtern unterhalten hat, jeder, der sich mal mit Gerichtsvollziehern unterhalten hat, jeder, der mal geschaut hat. Ich meine, wurde ja auch schon der Gerichtsvollzieherin, was weiß ich, 2014, ich glaube, mitgeschleift mit dem Auto. Ich weiß nicht mehr so genau. Der wusste, dass das nicht harmlos ist. Und es ist, finde ich, ein Versäumnis, sowohl der Verfassungsschutzbehörden oder der staatlichen Behörden, aber auch der Medien, dass sie dieses Phänomen so lange unbeachtet gelassen haben. Also, dass da erst ein Polizist sterben muss. Also, ich meine, ich weiß, wie Medien funktionieren. Das ist natürlich auch immer schwierig, wenn das eben so unter so einem Radar ist. Aber ich finde trotzdem, es war ein Versäumnis. Und umso mehr muss man jetzt eben dafür sorgen, dass über diese Szene aufgeklärt wird. Weil, was mir damals schon begegnet ist in meinen Recherchen, und dann übrigens sehr intensiv auch in den Recherchen zu dem Buch, über die Reichsbürger auch hinweg, also generell in der Verschwörungsszene, ist halt dieses Bert-Brecht-Zitat, wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Und dieses, ja, ja, also es trifft sich überall. Und dieser Begriff des Widerstandes, der ist natürlich irre gefährlich. Weil, wenn du im Widerstand bist, dann ist plötzlich alles erlaubt. Dann darfst du auch Polizisten erschießen. Ja, und dann ist alles okay. Dann darfst du auch Waffen horten und solche Sachen. Und das ist schwierig. Ich muss vielleicht auch dazu sagen, ich habe mit diesem Wolfgang P. dann eben brieflichen Kontakt gehabt. Also, weil ich ihn für das Buch interviewen wollte. Es hat mich einfach interessiert, wie der, also man kann seine Radikalisierung ja ziemlich gut nachvollziehen, weil er ja einen noch aktiven Facebook-Account hat. Da kann man das sehr schön sehen. Aber ich wollte trotzdem mal mit ihm sprechen. Also, vielleicht ist da auch so ein bisschen journalistischer Ehrgeiz dann dabei, weil ich mich halt so sehr mit diesem Thema beschäftigt habe, auch mit diesem Fall. Aber mich hat tatsächlich interessiert, ihn nochmal selber dazu zu hören, zu dieser ganzen Sache. Und ich hatte ihm einen Brief geschrieben. Und obwohl Lügenpresse und alles, hat er zugestimmt, hat einen langen Brief mit zurückgeschrieben. Und es ist dann gescheitert, tatsächlich an der Gefängnisverwaltung, die das nicht erlaubt hat. Und zwar, muss man sagen, mit so Gründen. Also, die haben die Anfrage verschleppt. Die haben komische Gründe dann genannt. Am Ende waren es dann Sicherheitsgründe, wieso ich den dann nicht interviewen durfte. Und das war genau so eine Sache, wie wenn ich jetzt so ein bisschen reichsbürgeraffin wäre oder so, das sind genau solche Sachen, die man eigentlich, also, weißt du, Intransparenz und so, anstatt zu sagen, irgendwie da mit offenen Karten zu spielen und zu sagen, wir wollen das halt nicht. Was ich ja vielleicht auch verstehe. Ist ja auch, ich meine, ist ja auch nicht, irgendwer hat einen Polizisten umgebracht. Aber das ist, glaube ich, so das Zweite, was man... Man spielt leider diesen Leuten in die Karten. Genau, das ist eben das Zweite, was man daraus schon auch lernen muss. Auch sowas wie Transparenz. Das gilt für uns Medien sowieso. Es gilt aber, finde ich, auch für den Staat. Offenheit und natürlich auch Präsenz. Also, es ist schon ein Unterschied, also, ob man jetzt mit Leuten sprechen kann auf so einem Amt oder mit einem Journalisten, der da auch mal die Zeit hat oder das Geld da hinzufahren oder sowas. Als wenn man quasi dem Staat oder den Medien nur anonym gegenüber tritt. Oder umgekehrt, der Staat, der Person nur noch anonym gegenüber tritt. Und ich glaube, gerade auf dem flachen Land ist das halt ein Riesenproblem. Also, weil natürlich auch staatliche Behörden machen Fehler, wissen wir alle. Viele ließen sich ausräumen, wenn man halt vielleicht auch mal mit jemandem sprechen könnte. Und auch wenn das nicht der Fall ist, dann ist es immer noch was anderes, als wenn man irgendwie ein Schreiben bekommt, was maschinell erstellt wird. Und das ist, glaube ich, so das Zweite, was man von dieser Eskalation, würde ich fast nennen, lernen kann, lernen sollte. Das ist übrigens ganz spannend, weil das, was du gerade so äußerst, ist ein Stück weit Empathie auch für Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben. Und der versucht, das auch nachzuvollziehen, wo die Ursachen dafür liegen. Ganz unabhängig jetzt von den Reichsbürgern. Das ist ja etwas, was uns immer vorgeworfen wird, insbesondere Huxilla, dass wir das nicht tun würden. Und wir empfinden das gar nicht so, sondern wir wollen ja schon sehr genau verstehen, warum Menschen diesen Trugschlüssen am Ende dann erliegen erliegen und dann ihr ganzes Leben danach ausrichten. Und das finde ich eigentlich ein sehr schönes Plädoyer, was du da gerade gemacht hast. Also das war uns super wichtig in dem Buch. Also es ist ja ein lustiges Buch, wie gesagt. Aber ihr macht euch nicht über die Verschwörungstheoretiker per se lustig. Genau. Die Leute sollen eher lachen über uns. Also wir machen uns über uns selbst lustig, aber wir machen uns nicht über andere Leute lustig. Ich kann mal ganz kurz als Beispiel, ich finde das so schön, Kapitel 2, wir packen unsere Koffer. Und da gibt es dann so einen ganz kurzen Abschnitt. Ich lese das mal gerade vor. Und zwar geht es darum, dass ihr gedacht habt, Mensch, wir machen jetzt mal lustig eine Verschwörungstheorie, hauen die raus. Und dann haben wir das gemacht und dann sammeln wir Erfahrung mit Verschwörungstheorien und dann schreibt ihr, mit dem Veröffentlichen unserer eigenen Theorie wäre der Kurztrip dann vorbei. Wir hätten gesiegt und wir würden uns verkatert, aber glücklich zum Flughafen schleppen. Dann ging es nach Hause. Wir könnten mit neuen Eindrücken prahlen und könnten auf Instagram zeigen, was für geile kosmopolitische Typen wir doch sind. Hashtag blessed. Ja, da lachen dann immer die Jungen bei so Lesungen. Genau. Und dann der nächste Satz. Und dann kommt meine Frage. Was wir bekamen, war eine Reise nach Mordor. Für den etwas Älteren reicht das Dunklen. Also natürlich. Ja, aber genau das ist so ein bisschen der Stil. Also es soll lustig sein, aber man soll über uns lachen und nicht über andere Menschen. Wie sehr hatte ich, also bei uns war es so, Verschwörungstheorien haben wir erst gar nicht behandelt. Dann haben wir gedacht, wir fangen mal damit an. Wir bleiben aber unpolitisch und sind natürlich durch die Jahre immer politischer geworden. Wie sehr hat die Recherche am Buch und die Beschäftigung mit dem Thema, also wir können ja mal sagen, dass ich glaube 2016 hast du die ersten Sachen mit Alexa im Radio gemacht. Also das ist auch schon ein bisschen her. Da hast du dich ja offensichtlich schon auch mit dem Thema beschäftigt. Wie sehr hat das deinen Blick auf Verschwörungstheorien verändert und noch viel wichtiger, emotional kannst du noch über Verschwörungstheorien lachen, wenn dir auf der Party einer eine lustige Verschwörungstheorie erzählt? Ja, das kann ich schon. Also da muss ich sagen, da habe ich auch ein dickes Fell. Es gab in dieser Recherche schon Dinge, die mich traurig gemacht haben. Also es war so, ich habe ja zum Beispiel in den Facebook-Gruppen natürlich nicht als Christian Schiffer recherchiert, weil da ist es dann tatsächlich schwierig als BR-Journalist. Also oft muss man ja auch irgendwelche Fragen beantworten und so. Das war so ein bisschen, also ich habe mir ja dann so eine Identität zugelegt, Hans Fuchs, die wird da auch noch ein bisschen länger beschrieben. Eine Sockenpuppe eigentlich. Ja, genau, so eine Sockenpuppe, aber irgendwie, also ein Verschwörungstheoretiker, aber ein Typ, den ich mögen würde. Also Hans Fuchs ist eine ehrliche Haut. Also auch da wieder. Also so und als dieser Hans Fuchs bin ich halt dann, das war wie so in Stollen fahren. Also so, ich hatte so mein Pensum, so von acht bis neun bin ich Hans Fuchs. Okay, da muss ich in die ganzen Gruppen, muss ich mit den Leuten reden, muss ich irgendwie Sachen liken, Freundschaftsanfragen annehmen, Sachen posten und so. Und wenn ich da wieder rausgefahren bin, das war echt so wie aus dem Stollen endlich wieder so zur Sonne, zur Freiheit. Ja, dann konnte ich wieder in Christian Schiffer Haut reinschlüpfen, weil, das war, muss man dazu sagen, auch noch die Zeit, als der Bitcoin so hoch stand. Also es war so Winter, also der letzte Winter oder Dezember 2017. Also da stand der Bitcoin so hoch wie noch nie. Und in diesen ganzen Verschwörungsgruppen wurde halt Bitcoin-Werbung gemacht. Und du, also was natürlich logisch ist, weil erstens ist es sowieso in diesen Gruppen so, dass oftmals da auch Leute dabei sind, die andere Leute mit Schneeballsystemen abzocken wollen. Und zum Zweiten tut natürlich diese Bitcoin-Ideologie, also dass es da kein Intermediär gibt, keine Zentralbank, nichts dazwischen. Natürlich auch ein Stück weit, sag ich mal strukturell, einzahlen auf so, auf so verschwörungsideologische Muster. So, und diese zwei Sachen kamen vorbei. Und dann war das halt dort voll mit dieser Bitcoin-Werbung, wo irgendwelche windigen Leute halt arme Menschen in irgendwelche windige Geschäfte verstricken wollten. Und das ist halt sowas, das hat mich echt traurig gemacht. Weil man merkt schon, also da sind halt dann auch Leute, die, ja, also denen geht es auch nicht gut. Und dann kommen halt noch irgendwelche Arschlöcher und tun das ausnutzen. Ich meine, Alex Jones mit seinen Vitaminen. Ja, ja, natürlich. Ja, und man weiß, man weiß auch, dass im Reichsbürgermilieu zum Beispiel viele so Schneeballsysteme unterwegs sind und was weiß ich. Und das sind ja auch oft auch, also zumindest bei den Reichsbürgern, auch Geschichte von persönlichen Scheitern und so. Das ist jetzt nicht insgesamt so, aber das fand ich tatsächlich da ziemlich entsetzlich. Und natürlich schon auch, wie die Leute, also eine Sache war, ich habe mal, jetzt dummerweise bleiben schon wieder bei den Reichsbürgern, das ist ein bisschen doof, aber das Beispiel passt dazu. Ich habe zum Beispiel mal in eine dieser Gruppen hineingeschrieben, was würde sich denn eigentlich ändern, wenn Deutschland jetzt, also wenn rauskäme, dass Deutschland eine GmbH wäre oder dann eben dann keine mehr ist oder so, ja. Weil eigentlich geht es ja Deutschland, also auch wenn es vielen Leuten schlecht geht, insgesamt ganz gut. Also weiß nicht, wenn, also wenn, also eher müsste man, also wenn Deutschland eine GmbH ist, müsste man vermutlich anderen Ländern eher empfehlen, eine GmbH zu werden, ja. Weil offensichtlich scheint sich das ja, scheint das ja nicht die allerschlechteste Rechtsform zu sein für so einen Staat, ja. Und mich hat interessiert, um was geht es denn eigentlich? Und deswegen habe ich gefragt, ja, was würde sich denn eigentlich ändern? Und dann ist dieser ganze Threat total explodiert, zwei Tage lang, aber kein einziger hat diese Frage beantwortet. Also alle haben nur drunter geschrieben, warum Deutschland der GmbH ist. Und niemand hat geschrieben, ja, was ist denn der Punkt? Also geht es irgendjemandem besser, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt rauskämen, dass Deutschland eine GmbH ist oder auch wenn es keine wäre, ja. Also gibt es dann, was sind die konkreten Unterschiede, die ich in meinem Leben wahrnehmen würde, ja. Ja. Und da kam halt nichts. Und da, also ich meine, das ist nicht, das habe ich mir schon vorher natürlich so gedacht, aber mich hat diese Explosion so gewundert und dass dann gar nichts kam, ne. Und wo ich dann, wo man dann halt merkt, okay, da geht es gar nicht um die Verbesserung von konkreten Lebensbedingungen. Da geht es halt ums Rechthaben oder um irgendwelche abstrakten Ziele. Also von 80 Leuten haben da schon zwei sowas geschrieben wie endlich frei sein und so. Ja, okay, weiß ich nicht. Aber das ist natürlich dann auch sowas. Und da sieht man dann auch, wie viel politische Energie dann halt in so ein Bullshit irgendwie hineinläuft von Leuten, die ja vielleicht sehr viel mehr für sich oder für die Gesellschaft erreichen würden, wenn sie tatsächlich einfach gesellschaftlich darauf hinwirken würden, dass es ihnen oder ihren Mitmenschen besser geht. Ja, Verschwörungstheorien sind selten lösungsorientiert. Das ist uns auch schon aufgefallen, ja. Ja gut, also ich meine, die Modernen ja schon, also sagen wir mal, das ist ja eigentlich eine These von Sebastian Bartoschek, die ich, glaube ich, mal in einem Psychocast oder so gehört habe und die sich bei mir auch bestätigt hat, also dass die, also dass heute Verschwörungstheorien modern sind, die eine Lösung anbieten. Also wenn du nicht... Aber die gehen dann eher so in Richtung Schutz, ne? Also so, weiß ich nicht, Chemtrail Protector oder so. Na klar, also wenn du halt an Chemtrails glaubst, kannst du dir halt die Akasha-Säule für 4.500 Euro bei Amazon mal rauslassen. Oder du kannst natürlich auch die Piloten vom Himmel holen, ja, mit Laserpointern. Oder du kannst, also was ist, was ja diskutiert wurde. Oder wenn du halt an Impfflügel glaubst, dann lässt du halt dich oder deine Kinder nicht mehr impfen, ja. Oder wenn du eben daran glaubst, dass Deutschland eine GmbH ist, dann gründest du halt deinen eigenen Staat. Also du hast dann sozusagen, also das sind natürlich keine Lösungen für uns, aber für uns, wir sehen ja auch das Problem nicht. Aber es sind sozusagen Lösungen, während bei dem JFK-Ding oder Außerirdische oder sowas, ja. Also was kann ich dann jetzt beeinflussen, ob JFK in der Verschwörung zum Opfer gefallen ist oder so. Ja, was hat das für einen Einfluss auf mich? Oder eben die Sache mit den Aliens, die auch in den 90er Jahren so beliebt war. Es ist auch was viel, viel Abstrakteres. Da kann ich mir auch nicht irgendwie eine Akasha-Säule bei Amazon kaufen oder die Alien-Säule und dann habe ich sie im Wohnzimmer oder so. Oder dann ist diese Verschwörung für mich besser oder weg oder weiß nicht was, ne. Und das, glaube ich, hat sich schon ein Stück weit geändert, dass die Leute halt nach diesen Lösungen suchen. Und eine, die wir interviewt haben, da war halt die Lösung zum Beispiel, die war halt Chemtrail-gläubig und die hat dann halt zwei Stunden im Supermarkt gebraucht, weil sie bestimmte Dinge nicht kaufen konnte, weil sie halt immer die Routen der Flugzeuge und sowas im Blick haben musste. Aber es ist eine Lösung. Es ist ja keine so viel hinstellende Lösung, aber es ist eine Lösung. Also ganz wichtig, nochmal ganz kurz, Akashab ist natürlich völliger Quatsch. Orgonit-Pyramide hilft gegen Kämpfer jetzt diesen auch deutlich günstiger zu erwerben. Also nicht auf alles hören, was Herr Schiffer sagt. Ja, aber da fehlt dieser Kristall. Also ich habe mir das ja angeschaut. Du kennst ja eine Orgonit-Pyramide aus. Das müssen wir... Dazu machen wir mal eine extra Folge. Ich habe aber tatsächlich, aber es stimmt so eine Säule gesehen, wo so eine Orgonit-Pyramide oben platziert war. Ich weiß nicht, ob es da verschiedene Varianten gibt. Wir sollten das jetzt nicht tun. Sonst gründen wir hier gerade die nächste. Also die Spätfolge ist übrigens, das jetzt ist ja dieser Amazon Black Friday, oder wie das heißt. Und da war ich dann auf der Amazon-Seite, um mal zu schauen, was es da so gibt. Kann man sich ja immer mal einen Push-Vorhang oder so kaufen. Ich habe es gelesen auf Facebook, was dir empfohlen wurde. Ja, und dann habe ich so... Genau. Mir wird jetzt immer so ein Zeug, also Akashasäule und die... Und ach, ja. Es ist ein breites Feld. Wo kann man dich und deinen Co-Autor denn mal mit dem Buch live erleben? Gibt es da noch irgendwelche Gelegenheiten, falls jetzt unsere Hörer sagen, oh, das wollen wir aber unbedingt noch mal in Person erklären mit den beiden Fragen? Leider, also ich bin morgen in Berlin, aber das wird nach der Ausstrahlung, das wird schon vorbei sein, wenn diese Sendung ausgestrahlt ist. Und ansonsten steht nur in München noch ein Termin an einer Volkshochschule im nächsten Jahr. Aber wenn jemand sagt, irgendwie, er will was mit uns veranstalten oder sowas, total gern. Und es wird auch gerade in München noch mehr und mehr sein, weil wir hatten hier drei Lesungen und die waren halt immer so krass überfüllt, dass halt irgendwie nur immer ein Drittel oder die Hälfte da sein konnte, was jetzt natürlich nicht an unserem totalen Star-Status liegt, der nicht vorhanden ist, sondern einfach daran, dass die Locations einfach zu klein dimensioniert waren, jedes Mal. Und insofern könnte es tatsächlich München sein. Aber wie gesagt, wir kommen auch gerne woanders hin und machen einen launigen Abend und beantworten dann auch gerne die Frage, ob Angela Merkel Hitlers Tochter ist. Eben, eben. Die Frage aller Fragen, genau. Wir haben noch eine Frage, die wir dich gerne fragen würden, nämlich, wie sieht es jetzt so mit den Reaktionen aus? Wenn man bei einem großen Online-Versandhandel reinschaut, da gibt es dann immerhin doch zwei Menschen, die ihr sehr, sehr, sehr enttäuscht habt mit eurem Buch. Das gefällt auch relativ vielen Personen und ihr kriegt auch schon die Empfehlung, dass ihr euch doch mal mit wirklich wichtigen Themen beschäftigen solltet. Zum Beispiel der Scheindemokratie, unserer gegenwärtigen, den geostrategischen Kriegen des Westens, die Dämonisierung der russischen Föderation und dann mal endlich ein gutes Buch schreiben solltet. Wie sieht es jetzt aus mit dem Gegenwind, der dich so ereilt aktuell? Ach, der Gegenwind hält sich tatsächlich noch in Grenzen. Also natürlich ist so auf jeder Lesung einer dabei, der fragt, ja, aber was ist mit Daniel Ganser? Ganser? Daniele Ganser, genau. Daniele Ganser, ja, okay. Oder so und wie wir die so sehen und ob nicht, und das ist ja auch alles nicht falsch, ob es nicht irgendwie auch Verschwörungstheorien gibt, die sich als Wahr herausgestattet haben, geben wir natürlich in unserem Buch auch ein, ob das nicht ein Kampfbegriff ist, ob man nicht und so weiter fort. Und ich meine, das ist alles völlig okay. Im Übrigen gibt es durchaus, sage ich mal, bestimmte Dinge an, also Verschwörungstheorien, an die ich vielleicht selber so ein bisschen glaube. Also ich komme ja aus Bayern. Ich hätte die Frage, ich hätte die Frage, wie König Ludwig II. wirklich ums Leben kam, wirklich gerne mal geklärt. Und die Wittelsbacher Familie stellt sich ja auf den Standpunkt, dass man das Grab nicht öffnen kann, weil das ja Totenruhestörung ist. Aber angeblich kann man ja mit modernen Mitteln auch so Gräber durchleuchten. Und da verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz, warum man das nicht macht. Allerdings mache ich ja ein Angebot zur Falsifizierung. Nämlich wenn jetzt jemand da hingeht und das Grab durchleuchtet und dann kommt raus, okay, er ist im Übrigen sehr flachen Wasser, sehr flaches Wasser im Starnberger See, mit seinem Arzt zusammen ertrunken, dann würde ich das natürlich akzeptieren. Und ich, also unser Plädoyer ist ja eher auch so dahingehend, dass man diesen Welpenschutz für Verschwörungstheorien so ein bisschen zurückfahren sollte. Also es kann nicht sein, dass das kritische Denken ausgerechnet bei den Verschwörungstheorien dann aufhört. Und was ich mir von Herrn Ganser erwarte, ist dann einfach, dass er vielleicht auch solche Angebote zur Falsifizierung macht oder beziehungsweise, dass man seine Thesen dann genauso kritisch hinterfrägt, wie er es mit der offiziellen Darstellung zum Beispiel zum 11. September tut. Ich finde, das ist das Mindeste, was man verlangen kann. Bei vielen Sachen waren wir einfach auch nicht dabei. Man kann sich bestimmten Dingen auch einfach nur annähern. Aber wenn man halt schon kritisch denkt, dann doch bitte in alle Richtungen. Und da darf es halt keine Extra-Würste geben. Ein wunderbares Schlusswort. Jetzt haben wir unter Umständen dem einen oder anderen Geschmack auf das Buch gemacht. Und wie wir erfahren haben, ist Christian nicht nur ein Patron von uns und wir müssen ihm gleich noch virtuell die Füße küssen, sondern du tust mit deinem Co-Autor Christian zum all unseren Hörern etwas Gutes. Denn wir dürfen euer Buch verlosen in der Sendung, richtig? Ja, selbstverständlich. Sogar drei. Drei Exemplare. Und wir haben mit Christian gesprochen und im Vorfeld des Interviews und er hat gesagt, wir machen das nicht schwierig. Also wie letzten Monat reicht im Prinzip eine E-Mail. Diesmal gibt es auch nur Print-Exemplare zu gewinnen, keine E-Books. Und ihr könnt aber gerne uns eure Lieblingsverschwörungstheorie noch in die E-Mail hineinschreiben. Und wir sammeln das ja sowieso, Alexa und ich, müsst ihr nicht. Eine einfache E-Mail reicht mit dem Betreff Angela Merkel. Das finde ich sehr schön, wenn ich ganz viele E-Mails demnächst kriege ich bei einem Info-Ad-Hocs mit dem Begriff Angela Merkel. Und der Einsendeschluss wird der 15. Dezember 23.59 Uhr sein. Und wenn die Post dann noch mitspielt, dann habt ihr die Gewinne sogar noch vor Weihnachten und könnt unter dem Weihnachtsbaum dieses wunderbare Buch lesen. Und wenn jemand sachdienliche Hinweise zur Ermordung von König Ludwig II. hat, Wenn wir sie dir vorenthalten, dann kriegt er von mir auch noch mal ein Buch oder mein Magazin oder was. Das würde mich ja brennend interessieren, wenn wir da mal weiter kämen, ja. Da steht auch noch eine Huxilla-Folge aus, oder? Oh, wir haben tatsächlich mal eine Huxilla-TV-Folge seinerzeit. Ich war gespannt. Aber die Google-Männer. Genau, die Google-Männer. Ja, ja, das habe ich sogar gesehen. Ja, ja, genau. Aber wir sind natürlich auch der Lösung des Rätsels kein Stück weiter gekommen. Insofern sind da noch alle Fragen offen, was da in dem Traum ist. Aber das könnten wir natürlich auch noch mal im Podcast behandeln. Genau. Aber schreib jetzt keine E-Mail mit dem Thema, weil sonst müssten wir dir im Talkstand dein eigenes Buch schicken. Das wäre dann ziemlich doof. Christian, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du bei uns zu Gast warst. Und das Buch ist toll. Wir haben auch schon reingelesen. Das ist wirklich sehr unterhaltsam. Du hast völlig recht. In vielen Dingen, die ihr beschreibt, wie ihr Chips-Tüsen-Essend und Konsolen-Spielend euer Leben so verbringt, habe ich mich doch sehr wiedergefunden. Insofern sicherlich für unsere Generation und unsere Sozialisation sehr unterhaltsam und ernsthaft und ein gutes Buch. Und ich finde, es kann gar nicht genug solche Bücher geben, die das Thema behandeln. Habt ihr gut gemacht. Vielen Dank. Oh, das freut uns sehr. Also vor allem aus dem Mund von euch. Das ist, keine Ahnung, wie so, wenn der Jedi-Meister zum kleinen Padawan kommt und sagt. Hey, Gemini. Bevor das jetzt ganz ausufert, bei M&G ist es der Begriff. Danke dir und bis demnächst mal irgendwann irgendwo. Sehr gerne. Bis dann. Tschüss. Ciao. Schreibt uns gerne eine Mail. Die Kommentarfunktion, ich trete im Moment unsere Firma, dass die das mal alles flott kriegt, noch nicht ganz einmal darauf hin, aber schreibt uns gerne eine Mail, was ihr zu dem Interview meint. Kurz zusammenfassend zum Buch, bitte eine E-Mail an info.huxler.com schicken mit dem Betreff Angela Merkel und ich freue mich jetzt schon auf ganz viele Merkel-E-Mails. Also Hitlers Tochter kann man in dem Fall weglassen. Ja, aber Angela Merkel hätte ich schon gerne in Betreff und drei Bücher werden wir dann verlosen. Ein Sendeschluss, 15. Dezember, 23.59 Uhr. Das heißt, am 16. Dezember werden wir dann die Verlosung durchführen und dann den Gewinnern wieder Bescheid geben. Wir sind mal gespannt, wie so die Einseitequote ist. Wir können mal sagen, dass wir bei dem letzten Gewinnspiel der beiden Autorinnen Nadine Darascha und Sarah Wedler über 260 Zuschriften bekommen haben. Das hat uns ziemlich geflasht und wir finden das total schön und wollen aber auch noch mal andeuten, Huxler wird jetzt nicht der Gewinnspiel-Podcast. Es ist leider nur im Moment völlig oder glücklicherweise so absurd, dass sich so viele Leute melden und sagen, Mensch, hier, ich habe ein Buch geschrieben, ich habe dies gemacht, ich habe das gemacht. Wollt ihr das nicht in der Sendung verlosen? Natürlich, ich persönlich finde Gewinnspiele immer schön. Wenn sie inhaltlich irgendwie auch natürlich zur Sendung passen, umso besser. Und insofern, es wird nicht jeden Monat, ein Gewinnspiel geben, es wird auch nicht in jeder Sendung ein Gewinnspiel geben und wir werden auch nicht irgendwann anfangen, Kosmetik zu verlosen oder sowas in der Richtung. Oder Vitaminpillen oder so. Oder Vitaminpillen. Nein, die verkaufen wir demnächst in unserem neuen Podcast. Auf unserer Seite, genau. In unserem neuen Projekt. Also insofern, freut euch, macht mit, gewinnt gerne bei uns und wenn es dann mal wieder Sendungen gibt, wo es das nicht gibt, dann ist das so. Aber im Moment klappt das einfach gerade ganz prima, dass wir so viele Unterstützer auch auf der Ebene haben, dass auch Buchautoren sagen, kommt hier, verlost das. Wir geben euch das gerne, weil wir Huxeler toll finden und bei Christian tatsächlich gibt es eine lange Historie, die gar keiner kennt, aber wir stehen, stehen und standen immer mal im Kontakt hinter den Kulissen. Und wo wir über Gewinnspiele reden, nee, das Gewinnspiel, das zweite Gewinnspiel in der Sendung machen wir nach der Auflösung, würde ich sagen. Oh, genau, ich wollte gerade sagen, meine Hasenjagd müssen wir doch noch. Genau, der gemeingefällige Hund auf Hasenjagd. Ich bin sehr gespannt. Die Auflösung. Um es kurz und knapp schon mal vorwegzunehmen, die Geschichte hat sich tatsächlich so oder so ähnlich zugetragen, beziehungsweise im Bundesstaat Texas der USA abgespielt. Irgendwie wundert einen das auch nicht mehr. Auf jeden Fall war da ein Mensch auf Prärie-Hasenjagd und hatte seinen Jagdhund Charlie, einen Rottweiler-Mischling dabei und wollte dann mit seinem Pick-up wieder zurückfahren und hatte tatsächlich sein Jagdgewehr irgendwie auf dem Rücksitz deponiert und der Hund muss sich dann, als er sich da hingelegt hat auf den Rücksitz, mit dem Fuß im Abzug, also mit der Pfote im Abzug verfangen haben und dann hat der Schuss sich gelöst und ist durch die Lehne gegangen und hat eben den Jäger in die Brust getroffen und der Mann hat schwer verletzt, gerade noch so eben überlebt, weil er sich an seinem Mobiltelefon retten und Hilfe holen konnte oder Hilfe rufen konnte. Also das Ganze war schon ein ziemlich schwerer Unfall, der da passiert ist und naja, eins von einer Milliarde Beispielen dafür, dass ein laxer Umgang mit Waffen halt irgendwie doof ist. Es gibt ja auch immer mal wieder so die Storys, dass Kinder im Auto der Eltern irgendwie an eine Waffe kommen und dann aus Versehen ja, schießen und dann gibt's eben manchmal tödliche, manchmal knapp, glimpflich abgehende Unfälle. Ist halt scheiße. Das ist jetzt ein richtiger Downer. Ja. Wie kriegst du jetzt wieder die Stimmung hier hoch? Ja, er hat ja überlebt. Er hat überlebt. Und der Hund ist wahrscheinlich auch nicht zu Schaden gekommen und nicht bestraft worden. Der konnte ja nun am allerwenigsten dafür. Also insofern, nur für die Hasen war's halt scheiße. Ja, na gut. Okay. Harter Cut. Zweites Gewinnspiel. Und zwar sind wir kontaktiert worden von einem der Veranstalter des Podcamps in Essen im Jahr 2019 von Thorsten Runte. und wir können schon mal sagen, dass wir beim Podcamp in Essen dabei sein werden. Wir werden auch bei der Podcastpreisverleihung dabei sein, werden eine Live-Show machen in Essen. Das könnt ihr euch schon mal vormerken, wenn ihr das möchtet. 2019. Der Termin ist der 30. und 31. März für das Podcamp selber. Die Preisverleihung des Podcastpreises, wo wir auch eine Live-Sendung machen werden, ist am 29. März. Und da sind sowieso außer uns ganz, ganz, ganz viele Podcaster. Und das Ganze ist so ein bisschen eine Mischung aus Treffen von Podcastern, Erfahrungsaustausch, aber zeitgleich natürlich auch sowas wie die, gerade bei der Preisverleihung, sowas wie ein großes Hörertreffen, wo man hingehen kann und viele Podcaster treffen kann. Es steht noch nicht ganz fest, wer alles vor Ort sein wird, aber ihr könnt euch die Seite podcamp.de schon mal vormerken. Und da gibt es dann sicherlich weitere Informationen dann hinterher auch über das Programm. Warum erzähle ich das alle? Einmal dabei, aber das eine Mal war es sehr nett. War es sehr nett, genau. Da kann man auch, da sind zum Beispiel wahrscheinlich auch Marc Bote und Flo vom Gretchenfrage-Podcast und da kann man auch mal hingehen und die persönlich beschimpfen, wenn man die ganz furchtbar findet. Freunde, die kommen dann von mir. Also Sonneau heißt eine nette Veranstaltung in Essen und wir sind ganz froh, dass wir da mal wieder die Zeitgelegenheit haben, da auch hinfahren zu können. Und wir können eine Wochenendkarte verlosen für das Podcamp. Darüber freuen wir uns außerordentlich, dass wir das tun können. Und für alle anderen können natürlich mal schauen, die Karten sind nicht so teuer, eine Wochenendkarte im Moment. Ich schaue hier noch mal gerade auf die Preisliste für einen Early-Bucher, weil es im Moment bis zum 31. Dezember noch einen Early-Buchungstarif, einen Early-Bird, glaube ich, sagt man Neudeutsch dazu. Frühbücherrabatt war das früher mal. Das hat sich ja alles geändert. Also eine Wochenendkarte kostet aktuell 86,41 Euro, also rund 90 Euro. Und wir können eines dieser Wochenendtickets verlosen. Da ist sogar auch das Essen dann im Unperfekthaus in Essen mit dabei. Ganz viele Vorträge und man kann Podcaster treffen und kann auch sicherlich mit uns ein Käffchen trinken, wenn man das mag. Oder eine Bionade oder was da alles so an Getränken gibt im Unperfekthaus. Und wer jetzt die Eintrittsrate gewinnen möchte, die Wochenendkarte, der schickt bitte eine E-Mail an info.atuxela.com mit dem Betreff Potcamp. Das reicht. Ich habe über 2019, das muss aber nicht sein. Also mit dem Betreff Potcamp, auch da wieder müsst ihr nicht irgendein Schischi machen, weil das finden wir immer doof. Wie gesagt, bei dem Angela Merkel-Gewinnspiel könnt ihr gerne eure Lieblingsverschwörungstheorie noch reinschreiben. Dann sammeln wir mal wieder ein paar neue Verschwörungstheorien. Beim Potcamp nicht. Und wer bitte beides gewinnen will, der schickt mir am allerbesten zwei E-Mails. Das macht mir nämlich die Auslosung hinterher deutlich einfacher. Aber das wäre ein Träumchen. Und insofern an der Stelle nochmal vielen Dank an Christian Schiffer und Christian Alt, die uns das Buch oder die Bücher, drei Bücher werden wir verlosen, zur Verfügung gestellt haben. Und vielen Dank an Thorsten Rundholt und das Team von Potcamp für die Eintrittskarte. Und ich kann schon mal andeuten, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, da muss noch ein bisschen die Tinte unter allen Absprachen trocken werden, aber ich kann schon mal andeuten, dass ich im Januar, und zwar relativ am Anfang von Januar, in Wien sein werde. Und das sieht ziemlich gut aus, dass das alles klappt. Und da wird es dann auch die Gelegenheit geben für all die Wienerinnen und Wiener und Österreicher, die in der Nähe von Wien wohnen, die vielleicht mal den Hoaxmaster treffen wollen, mich zu treffen. Leider kommst du nicht mit, Alexa, nach Wien dieses Mal. Nein, nein. Da bist du der Auserwählte. Das ist halt nicht so geil, wenn ich alleine irgendwo bin. Das kann ich nachvollziehen. Aber wer Lust hat, mich in Wien zu treffen, sollte das schon mal so vorsichtig eintragen. Und ich denke, in der nächsten Folge von Hoaxhiller, die ja noch im Dezember jetzt erscheinen wird, wird es mehr Details dazu geben. Ich glaube, das war es erst mal, oder? Das war es. Das war jetzt auch erst mal ganz schön viel an Informationen. Glaube ich erst mal. Vielen Dank an alle Unterstützer, an all diejenigen, die uns die Wishlist kürzen, die uns bei PayPal direkt Geld überweisen, die uns bei Patreon und Steady unterstützen. Das ist wirklich, 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 wirklich toll. Und das beruhigt uns so sehr. Und wir können wieder ruhig schlafen. Und ihr, wenn ihr Interesse habt, guckt da einfach nochmal drauf. Ihr seht das Ziel, was wir jeweils definiert haben. Und wir gehen da Schritt für Schritt für Schritt. Ihr seid einfach fantastisch. Vielen, vielen Dank. Das ist toll. Das beruhigt mich alles sehr. Und ansonsten, schöne Weihnachten, schöne Jahresendzeit, was auch immer. Happy Hanukkah kann ich euch noch nicht wünschen. Das machen wir nämlich in der zweiten Folge. Denn eine gibt es ja noch im Dezember. Und da freuen wir uns drauf. Die wird ein bisschen urig, so thematisch. Ja, das wird auch schön. Also für das Thema ist Alexa voll verantwortlich. Da kann ich nichts dafür. Ich glaube, das wird lustig. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Schöne Vorjahresendzeit. Lasst euch nicht so stressen durch Weihnachtsmerke, sondern habt Spaß daran oder vermeidet sie ganz, wie ihr das mögt. Und wir hören uns ganz bald wieder. Und natürlich, immer schön skriptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla Podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben. Aber ihr könnt unsere Arbeit gerne unterstützen mit Flatter oder als Patronen bei Patreon oder über Paypal oder über unsere Amazon-Wishlist. Geht auf unsere Seite, klickt auf die entsprechenden Links und dann findet ihr dort die Informationen. Dankeschön. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info at hoxilla.de und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen. und dann können wir uns doch bei uns mit Flattern und dann können wir uns doch bei uns